Hallo liebe Werder-Fans, herzlich willkommen zum Wiesenhof-Experten-Tipp zum 34. Spieltag. Heute mit mir und wie ihr wisst, ein ganz besonderer Spieltag für uns. Wir haben noch die Chance auf den Europapokal und dazu müssen ein paar Ergebnisse kommen, die ich aber für sehr realistisch halte und deshalb lass mal anfangen und mal schauen. Bayern München gegen Eintracht Frankfurt, ja wirklich schade, Eintracht Frankfurt tolle Saison gespielt, jetzt am Ende ein bisschen die Puste ausgegangen, befürchte aber, dass es für die Bayern um die Meisterschaft geht und sie sehr konzentriert sein werden, Frankfurt vielleicht ein bisschen müde ist, wird es trotzdem ein enges Spiel, aber am Ende ein 3 zu 1 für Bayern München. Das Spiel Schalke gegen Stuttgart ist ein bisschen ein bedeutungsloses, Entschuldigung, ein bisschen ein bedeutungsloses, denke trotzdem, dass Schalke sich gut verabschieden wird, 2 zu 1 für Schalke. Entschuldigung. Borussia München-Gladbach gegen Borussia Dortmund, spannend. Dortmund kämpfen um die Meisterschaft, hängt für mich, hängt das Ergebnis dieses Spiels auch ein Stück weit von den Zwischenergebnissen aus München ab. Dementsprechend glaube ich, es wird am Ende ein 2 zu 2. Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen, für mich auch schwierig. Pal Dardai, letztes Spiel, viereinhalb Jahre Hertha-Trainer. Ich denke, da wird jeder nochmal versuchen, einen guten Abschluss hinzukriegen für ihn. Bayer Leverkusen-Campion in der Champions League, für mich einer der stärksten Teams der Liga, unbedingt, eigentlich unter den Top 3. Trotz Dardai-Abschied, 1 zu 4. Sportklub Freiburg gegen den 1. FC Nürnberg. Ja, Freiburg die letzten Spiele nicht so gerade überzeugt, trotz sich im Klassenhalben Nürnberg abgestiegen. Ich glaube, dass Freiburg nochmal alles rausholen wird am letzten Spieltag, um nochmal einigermaßen positiv aus der Saison zu kommen. Deshalb da ein 3 zu 0. Mainz 05 gegen TSG 1899 Hoffenheim. Jetzt kommen wir so langsam in die Bereiche, die für uns wichtig sind. Ich glaube, dass Mainz das letzte Heimspiel gewinnen wird mit 2 zu 1. Wolfsburg gegen Augsburg. Ich glaube, mit Sicherheit die Partie, die uns am Wochenende mit am meisten beschäftigen wird, neben unserer Partie. Augsburg, Martin Schmidt, alter Wolfsburg-Trainer, mit Sicherheit sehr motiviert. Grundsätzlich auch jemand, der seine Mannschaft immer heiß macht. Ich glaube, es wird darauf ankommen, wie sehr Wolfsburg mit dem Druck vielleicht auch umgeht, dass sie jetzt was zu verlieren haben, das erste Mal in dieser Saison, was zu verlieren haben. Und ich glaube, dass es ein 1 zu 1 wird. Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96 für mich eine klare Sache. Hannover ist jetzt, glaube ich, nach dem Sieg letzte Woche trotzdem abgestiegen. Fortuna will sich nochmal gut verabschieden. Fortuna wird 3 zu 2 gewinnen. Ein sehr offenes Spiel und eine insgesamt überragende Saison von Düsseldorf. Kommen wir zu unserem Spiel gegen eine der stärksten Rückrundenmannschaften, neben Bayern zweitstärkste Rückrundenmannschaft, punktemäßig sehr stabil, stehen im Pokalfinal, extrem klare Spielphilosophie. Aber auch ganz ehrlich für uns natürlich Heimspiel, Weserstadion. Wir haben immer gesagt, dass wir gegen jeden Gegner auf Sieg spielen. Das werden wir auch am Wochenende tun. Und ich glaube, dass wir von der emotionalen Ausgangslage her diesen kleinen Tick mehr haben werden. Und dementsprechend gewinnen wir unser Heimspiel in einem sehr, sehr schweren Spiel 3 zu 2. In dem Sinne wünsche ich euch viel Glück beim Wiesenhof-Expertentipp für den 34. Spieltag. Und das sind meine Tipps. Tschüss.